So, Freunde, willkommen zurück bei Let's Pay Valk Together, diesmal in der Map Block oder auch Clock, mit Mirai. Äh, mit geschlossener Community und Passwort natürlich, dass die Leute reinkommen. Wir sind hier ein paar Leute heute am Start. Und auch Coco ist dabei, ja, aka Shirley Grey Grey. Wir sind natürlich auf der Nachteilseite. Nein, nicht ganz. Na doch, irgendwie schon. N.I.U. ist da doch mehr vom Vorteil, wenn du da oben kämst. Alter, war schon weg. Loll. Loll. Loll, da fehlt mir nichts anderes als eine. Okay. Wer hat denn die XM8? Ach, du mir eine. Ja, auch. Unter anderem. Alter, diese Tannenbäume, die hier rumrennen. Das sind getarnte Mensch, das sind doch keine Tannenbäume. Das sind Tannenbäume. Nice, Basti. Oben, oben, oben. Okay, okay. Cat, 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 komm. Hier holen wir uns Cat. Wunderbar. Schön von hinten jetzt. Äh, bitte was? Ah, scheiße. Lucy, wir haben Gäste dabei. Unwürflich. Hä, das ist ja normal. Das sind alle gewohnt. Und außerdem war das doch gar nicht pervers gemeint. Du Penner. Cat und Mira wieder. Das ist Niveau auf britischer Noblesse. Lol. Wie ich mich einfach nicht bewegt habe. Aber trotzdem nice. Junge, oh mein Gott. Ja gut, Mira, du kackst permanent ab. Das ist ja normal. Ich habe ja nichts anderes erwartet. Bei dir wäre es normal. Nee, nee. Oh Gott. Ah, Mist von hinten. Tja. Was hat das denn? Okay, okay, okay. Okay. Aber wir müssen, ja, da muss man, da muss man halt. Verstehst du? Der Cat rusht doch immer vor, ne? Das ist krass. Ah, fuck ey. Was ist denn jetzt los? Schnee. Ja, ne? Mhm. Schnee, Baka. Was ist los? Ja, Cat. Ohne Scheiß. Ich treff nix. Ich schiele. Ich habe wohl geschielt gerade. Bin ich dämlich. Okay. Okay, wir brauchen irgendwie eine Taktik. Wir sind, wir sind, scheiß, wir sind voll in der Unterzahl hier. Das ist gar nicht gut bei Block. Oh mein Gott. Was war das für ein Versuch da gerade? Hammergeiler. Ja, was? Was? Schöner Kill. Shirley. Was? Du hast mich getötet, ey. Tja. Tja. Hm. Alter, den hätte ich fast weggesnippert. Hätte ich mit Ballistic Knife killen sollen. Oh. Ja, haltest du. Ich bin. Näh. Quäi, Jungen, ey. Nein, das war so knapp. Wieder killst du uns Hatties, Mann. Tja. Ja, kommt auch mal vor, ne? Naja, kommt auch mal vor. Nein! Lol, was war das für ein Leck? Nein! Toast! Mann, ey, ich war so gut dabei, ja? Nö. Nö. Ich konnte eben hier nicht überspringen, deswegen nie. Okay, das war jetzt dumm. Loll. Ja, auch schon Läuser. Okay, das war gut, aber... Nö. Komm schon, Koko, ein bisschen weiter vor. Was? Ah! Okay, Kat regelt. Hm, Kat regelt ziemlich. Kat wird alles regeln jetzt. Komm schon, Kat, komm schon. Kat! Ja? Super machst du das. Okay. Guck an den Falschen zu. Oh, ja, dann machen wir einen kurzen Schnitt auf jeden Fall, dann sehen wir uns wieder. Ciao! Jo, ciao! So, nach einem kurzen Schnitt geht es hier weiter in der sagenumwogenen Map Karakum, die ja bisher keiner mehr spielt. Und, mein Gott, das wird ein Desaster, würde ich sagen. Nein. Ja, was meint ihr? Alter. Das ist totaler Desaster, 100% Das ist die schlimmste Map ever, ich hab die nie gemocht, ne? Und, der erste ist tot. Alter, Mann. Ich hasse die auf den Tod, die Map. Schiene, ne? Auf den Tod, ja. Auf den Tod, ha? Auf der Toddel. Was? Hallo! Achso. Hi, na, wie geht's? Ich hab doch gar keinen gesehen, weißt du? Okay. Einer ist irgendwie rausgegangen, kann das sein? Ja, das stimmt. Achso, Ausdrennen ist rausgeflogen. Stimmt, der Bruder. Internet-Connection-Probleme. Okay, das war jetzt voll nubig von mir. Alter. Treibspiels, ne? Ich will gerade einen Failschreiber kommen. So. Was geht? Wer lebt noch? Mirai. Ja, also ich werde jetzt gerade mal recken. Ja, die Map ist so bescheiden da. Aber das mache ich natürlich nur, um seinen KD zu bessern. Klar. Ja, ja, klar, klar. Siehst du? Oh. Oh. Da hast du aber, da hast du aber gut gefällt, ne? Ja, okay. Und fällst du auch öfters. Ne, öfter, sorry. Öfters sagt man ja nicht. Aha, Luzi. 1-1. Was denn? 1-1 ist ja okay in der Map, finde ich es. Da muss man... Oh, ne, Cat, 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 Cat. Tot. Hier gibt es auch gar keinen Spiele-Sound, ne? Hä? Was? Hier gibt es keinen Spiele-Sound bei der Map. Du meinst so eine komische Musik oder was? Ja. Ich weiß nicht, ob die immer aus... Achso. Die können sich besser auf die Schritte und sowas konzentrieren. Hier liegt schon ein Toter, okay. Oh, lol. Oh, ich bin halt Ende. Boah, wo bist du denn, ey? Lol. Oh mein Gott. Schwö, ich schwöre dir einfach Spaß an und ein bisschen Nails rumwirft. Oh. Und Mirai regelt dann einfach. Ja, wieso nicht, ne? So, ähm... Wenn ich dann kann, dann kann ich doch mal, ne? Ja, du kannst halt, du kannst halt mal, du kannst halt irgendwie. Weißt du, du kannst halt mal. Ach, Cat, ey! Hehehehe, ja, so. Oh Gott. Was? Ja, dann wolltest du doch was sagen. Ne, 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 ne. Hehehe. Hehehe. Ja. Ich spiel die Map ja eigentlich auch nicht. Ne, ich hab die früher mal. Das singt gerade so schlecht, weißt du? Ja, früher hab ich die auch mal gespielt mit dem Clan, weißt du? Weil sie noch aktiv war. Ja, ja, vor paar Jahren war das. Da hab ich die noch öfter gezockt, die Map da. Aber das waren noch Zeiten, ne? Ja. Da war man auch einigermaßen gut auf der Map. Aber jetzt, äh... Und da gab's auch noch Leute, die richtig Skill hatten, ne? Ja, hier gab's verrückte Leute. Auf der Map. Die haben wirklich mit, äh, Colt Headshot gemacht haben und sowas. Ja, ja, ja. Das war schon krass damals. Aber das war alles damals. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Genau wie die Cats. Äh, wie die Zeiten von Cats so rum. Oh mein Gott. Oh, Leifs. Oh, da. Shit. Oh, das war aber knapp jetzt. Oh nein, U-Bass ist noch dran. Hilfe. Oh, cool. Gut gemacht. What the hell? Ich will hier unten mit meinem, ähm, Ballistic Knife killen. Na mach mal, komm. Mach doch mal. Du wolltest mich ja vorher mit dem, mit dem Knife killen, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nur war es halt ja die gleiche Idee wie ich. So, die ist beide tot da unten. Oh, oh. Hey, das Bot da oben ist ganz okay. Wollt ihr mal mitkommen? Ne, wohl. Ne, lass mich alleine. Dann geht's bestimmt schief. Achso, achso. Okay, okay. Ne, ne, dann geht's bestimmt schief, wenn jetzt mit... Oh, Nate bestimmt. Es kommt bestimmt in der Nate. Ich hab's gar nicht dran gedacht. Ich hab's schon die ganze Zeit hinterher. Ach so. Pass auf, Nate. Hinter dir, hinter dir. Ja. Lol, und hinter mir auch. Wie ich nicht gemerkt hab, dass Cat hochgekommen ist. Gefistert, Alter. Du stehst da drü- also, ne. Ja, das wär jetzt wirklich falsch. Ich konnte mich doch bremsen. Ich hab nur gesehen, wie ich getötet wurde. Und das hat mir gereicht. Oh, nice, nice, nice. Das ist von Basti. Schön. Und von dir auch. Wollen wir nochmal da hoch? Ne, ist voll riskant jetzt, ne. Da kommen jetzt alle irgendwie. Ja, das ist echt riskant. Das würde ich nicht machen. Lol. Nate! Oh. Ne, das sind keine Nance. Mich kann sowas nicht verletzen. Ja, ich hab Cat mitgenommen. Yes! Er wird mich hassen, er wird mich hassen, ey. Da hinten ist einer. Ah, schön. Unter dir, genau, unter dir. Coco, hinter. Da unten an der Treppe ist einer. Äh, Treppe, Quatsch. Nicht da, nicht da, nicht da. Andere Richtung. Ah, schade. Hä, 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 hä. Oh, Mann. So. Der liebe Zero Music oder sein Bruder. Ist ja der letzte Überlebende. Gegen wen? Juba's Kill, okay. Und Leif. Was denkt ihr? Wird er schaffen? Ich weiß nicht. Also, ich würde sagen, er gewinnt. Hm? Meinst du? Okay. Ja, ich würde sagen, er... Oh, 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 oh. Oh, hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm. Ja, er, er, auf jeden Fall, ja. Hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm. Hinter ihm. Ah, schade. Okay. Einmal ja. Ja, ich würde sagen, er hat er... Ha. Lol, nice. Nice, nice. War gut. Nein. Wieso packt er jetzt die Farmers aus? Mach ich das auch mal. Ah, Mist. Schade. Oh, komm schon, komm schon. Oh. Schade. Ja, er hätte jetzt schnell draufstehen sollen. Aber beinahe hätte es geklappt. Ja. Knapp vorbei. Ist aber auch daneben. Achso. Boah, wird's. Das wäre richtig motivierend. Beide, weißt du? Ach, das ist so nur Spaß. Das ist nur Spaß. Das weiß doch jeder. Das weiß einfach jeder. Apropos, nice kill gerade. Yuba's kill ist tot, ja. Er wird's schaffen diesmal, komm. Komm schon. Klar, 100 pro. Kann schon. Oh, das ist schon. Achso. Oh. Oh, Kat ist schon in Planung da vorne. Oh. Tot. Ich wäre jetzt da zum Beispiel gestorben auf offener Straße. Ja, klar. Ne? Das ist klar. Dich wollen sie ja auch alle treffen, ne? Was? Ja, wen sonst, ne? Kann man da eigentlich noch aus der Map rausfliegen hier? Ähm, ja, kann man. Lass mal ausprobieren. Willst du runterspringen, weißt du? Das ging doch früher. Von drei Sekunden hat das andere Team gewohnt, weil alle in den Abgrund sprechen. Ja. Das war echt blöd, wenn man in den Bug da unten in der Brücke reingelangt, ne? Außer sie so beim Wegrollen. Weißt du noch, Luzi, früher? Früher, früher? Ja, wenn du vom Debora in die Base gehst, da ist auch immer so eine Brücke, weißt du? Da kann man doch in so einen Bug rein, dass du in der Luft stehst. Ja. Und da kommst du ja nicht mehr raus. Ja. Und wenn die anderen die Bombe geplant sind, dann sitzt du in diesem Bug drin, ne? Das ist so kacke. Alter. Klar ist das Kacke, aber man konnte auch bei Marion, bei der Ruin hinten, konnte man unter die Map glitschen, ne? Das war hinten bei den Ruin. Man konnte auch in, ich glaube, das kann man sogar immer noch, ich bin mir nicht sicher, in der Marion Hall, also in dieser großen Halle da, wo Marion draufstehen, da kann man halt auch drunter. Okay. Alter. Loll. Okay, Mirai, wir haben ein Problem. Ja, sehe ich genauso. Das fängt mit C an und hört mit Cat, äh, ne, mit T auf. Mit Cat auf. Ha, 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 fail. Leicht. Wie die Münze, ne? Münze? Hm. Sag mal, campst du da oben? Killst die denn alle? Nö, wie so. Nö, schwack nicht. Wir sind mal unten. Uso. Es sah so aus, als würdest du campen. Er doch nicht. Nee. Okay, wer lebt überhaupt noch? Jubas. Leu, ich hab mich einmal getroffen. Wo war denn der? Unten oder was? Okay, schon, schon erledigt. Ja, schon, okay. Schon erledigt. Das ist schon. Ja, der ist schon vorbei. Da ist, nichts mehr zu, zu retten. Alter. Okay, voll die Nades, halt, komm. Junge. Näh. Doch. Nades, Nades, Nades. Oh, jetzt werden wir alle abgemurkst, ja. Äh, kannst du mich heilen, oder? Ja, da liegen die Boxen. Ja, danke. Okay, jetzt brauche ich die Boxen selbst. Wie er sie selber jetzt braucht, ja. Oh. Schön. Alter. What the fuck? Bleib stehen, Coco. Ich heile dich kurz. Ist jetzt aber los, da. Okay. Voll verstörend, dass Coco einen Mann spielt. Wieso? Keine Ahnung, das ist... Das verstörend. Sorry, ich wollte die Brüste mal ablegen. Achso. Kann man die dann einfach so ablegen, oder was? Na klar. Erklär mal, wie das geht. Einer ist oben. Eben, eben, eben. Ah, scheiße. Ich bin so dämlich, ey. Ich bin so dämlich. Das war aber voll noobig, ey. Ich dachte, ich hätte ihn. Da ich ihn ja nur 20 Mal getroffen habe. Jetzt bist du geflamed. Weißt du, du nimmst ein Messer, Lucy. Und dann? Und dann? Ah, nee, nee, komm. Das ist... Stopp, stopp, stopp. Mann, Jubas. Was ist denn jetzt mit dem? Geht mich immer. Aber nice. Aber nice. Leu. Boah, ey, war das knapp. Na klar. Wo ist er? Der lebt jetzt noch. Basti. Basti lebt noch. Oh, sehr schön von 3. Er lebt ja. Eieiei, wo gehen wir lang? Ich weiß nicht. Boah. Ich muss da aber auf der Straße stehen. Okay. Das ist keine gute Idee. Ich fände da rein, komm. Lol. Lol, da ist keiner. Bleib bei stehen, Koko. Äh, äh, ja. Wow, ich habe mal wieder einen Kill. Koko, auf den Snip darin. Auf den großen Hügel. Äh, Hügel, falsch. Aus dem Gebilde da vorne. Oh, schau. Der war da echt. Ha, die Pistole sind geil. So. Ja, Lucille. Da kommt der Assassine von hinten einfach. Er hatte 0 HP, ne? Achso. Oh. Ich habe jetzt richtig Bock auf Assassin's Creed. Achso. Ja, ich habe mir gerade gekauft. Weißt du? Revelations. Das ist neuer? Ne, ne, ist schon älter. Aber ich will die ganze Story durchspielen, deswegen. Okay, sehr nice. Ich habe da leider noch nichts so dazu gesehen. Müsste ich auch mal bezocken, ne? Ja, klar. Ist cool. Alter, ist halt. Also Assassin's Creed kann nur ein bisschen langatmig werden. Also. Das ist zum Teil auch mal oft einfach nur das gleiche. Drei Missionen lang, weißt du? Okay. Kill die fünf Arschlecher, kill die anderen. Ist ja kein Problem. Wut der fuck? Wo? W-w-w-w-w-w-w-bitte? Wo? Wo war der? Alter. Das war nice. Wo war denn der? Der war hier oben an den Camps. Nee, nee. Der Cat ist auch Sniper. Oder die Cat. Schreib mal in den Kommentar, ob du die oder der Cat bist. Ja, ne? Ach, unser Sniper war der. Ja, Coco, vielleicht ist es deine Katze. Dein Kater. Ja, fang sie mal wieder ein. Dürfte weder Jackie noch Mitsu sein. Die sind dafür zu träge. Lol. Ich sag nur Schnurr ins Mikrofon. Ja. Das kann er gut. Cat macht es, glaub. Muss ich leider aussagen. Ich glaub, der macht es jetzt wirklich. Weil das ist gleich ein Team-Bash, oder? Oder er lässt uns gewinnen. Das wäre natürlich... Ja, na klar. Echt nice, aber wird er, glaub ich, nicht machen. Nee, wird er nicht machen. Er geht jetzt einfach hinten runter und killt ihn. Er ist eine Katze. Katzen sind selbstverliebt. Achtung, jetzt Showtime, Showtime. Oh, oh. Er geht hoch. Fort. Oh. Ach, diese Schadenfreude. Nein, natürlich nicht. Er ist... Ja, bitte was? Wir haben verloren, ey. Kickt mal an der Mirai. Nö, was? Was? Hilfe. Ich hab Angst. Ich geh mit hoch. Loll. Alter, Cat geht ab, ne? Scheiße, ich würd sterben. Yes! Ich warte schon. Okay. Okay. Lassi, solltest du dich, glaub ich, heilen. Ja, ja, ey, warte, ich muss hier kurz... ...aus der Gefahrenzone wegrennen. Das war's mit der Runde Karakon, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ciao. ... ...